Hallo, ich befinde mich heute auf dem Campingplatz Kengert bei La Rochette und wir werden heute mal gemeinsam den Barfuß-Wanderweg in Medernach durchführen. Mal gespannt, wie das so für die Füße sein wird. Alles natürlich barfuß und sehr gut für die Fußreflexzonen. Also, auf geht's! Musik 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 Maja, mir war nur noch den Füß, wie getröppelt, wie du gesehen, ein Füßhund überlebt. Der überlebt auch doch. Und wir sind heute hier auf der Spielplatz vom Camping Kengert, ein ganz schöner Platz übrigens, mit Schwamm, mit Theater für die Kaner, ein riesiger Spielplatz und natürlich der Fußweg. Haben wir das zusammen gemacht, Sharon? Ja, das hat richtig Spaß gemacht, würde ich sagen. Es war ein Erlebnis, auf jeden Fall. Die Füße tun ein bisschen weh, aber ich finde, der Entspannungsmoment ist doch größer als der Schmerz. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier noch einen schönen Nachmittag vor uns auf dem Campingplatz. Es gibt ein kleines Schwimmbad und ich glaube, da springen wir beide jetzt mal so richtig rein. Also, bis bald und erleben Sie den Barfußwanderweg in Medanach. Tschüss! Tschüss! Wuhuuu!